also das geht eigentlich. der boss geht auch. ja aber wo ist das? das ist hier, wenn du guckst. ach da, ja ja, ich sehe es. also von uns aus ist das nicht, sondern weiter links. gallermanns grab, da waren wir zusammen drin, da war auch viel schwefel. ja ja, ich weiß. aber an das krokodil kann ich mich jetzt nicht erinnern. ja doch, wenn du da durchgehst, kommen erst normale krokodile und ganz hinten ist so ein boss krokodil. das ist aber nicht schlimm. das ist kein, ist nicht so ein großer boss, also so ein, von dem, was bei uns in der nähe ist da. schwächer. es ist wohl irgendwie abhängig von, je weiter man nach norden kommt, je heftiger werden wohl auch die bosse. außer der elch, komischerweise nicht, der ist. also hier, hier und hier. jo, mit anderen worten die halbe karte müssen wir dann ablaufen. nein, du bist krass. ja, ich hab selbst geholfen, ich weiß nicht. was ist denn für du? der schwefel brauchen wir ja nicht, ne? könnten wir direkt mit farmen, aber... aber wir haben genug eigentlich. ach so, das war das mit dem krokodilsboss, den ich nicht gesehen hatte letztes mal. ja ja. wo kommt ihr denn hier alle her? hallöchen. hier kannst du eigentlich auch ganz gut diesen slime hier fahren. ja. zweimal reichen, mädel. ach ja. da oben steht er. oh. das warte, 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 lass erstmal die kleinen ziehen hier. ja, wie gesagt, der ist eigentlich, glaube ich, auch nicht so krass wie das andere krokodil. guck mal auf, der kommt direkt. aua. aua. aber er ist halb unter der ist ja gar nichts ich habe jetzt gedacht das wäre so ein richtiger doch bestimmt egal ich krieg wieder nichts den boss krieg ich auch nicht nur die kleinen krokodil ja doch ich habe nichts bekommen obwohl ich tatsächlich mal drauf gehauen warte mal was brauchen wir wie heißt das ding ich habe den scharfkantigen geiselsteinfragment bekommen da habe ich jetzt links noch ein auge es kann aber sein dass das unten im wasser war aber sie hatte ich alles ich krieg die alle nicht alles was auf der minimap ist das auge ist irgendwie da unten wahrscheinlich oder oben da vorne ist die hand genau ein stückchen weiter hier unten die hand ist da oben du bist ja entweder da oder wenn du hier rüber gehst das weiß ich jetzt nicht also hier ist ein auge bei dem typen hier was das denn hier hallo wo geht der jetzt sind mich verarschen und jetzt auge habe ich übernommen nicht die hand kommt auch nicht und bis jetzt wahrscheinlich oben ist kapitänsquartier ja okay nein lass mich in ruhe er ist tot gut ich habe das ding eingesammelt ja bisschen ding ja was wir brauchen von diesen typen der ist keine ahnung toter kadaver von hier kann von hier können wir runter springen ins wasser ja mach du das mal also ich will jetzt nicht ich weiß nicht wie tief das da ist das gift ja geil komm her ich bin verkrüppelt ja den durchgang irgendein durchgang ist hier und jetzt pass auf die spritzt gleich wieder ich meine das war hier durch ich habe das gas hier durch zu gehen habe ich dir das schon gesagt ja aber ich musste kämpfen gegen die spinne und noch so ein ding was die alles hinterher gelaufen es kam auf einmal zurück hat umgedreht sind normalerweise auf dem weg wieder zurück ach das war das was ich dir gesagt habe da kannst du runter ich weiß aber nicht ob wir auf der anderen seite jetzt hochklettern können kannst du hier runter aber du musst einfach springen das war der wasserfall bin ich da jetzt drüber gegangen wenn nicht dann sterbe ich jetzt da unten läuft eine spinne große jetzt nicht mehr dummerweise hat die nicht gegriffen hier müssen wir uns durch ein paar spinnen durchkämpfen das ist schon richtig hallo bleibt mal stehen wir wollen zum spinnengott also zu mir irgendwas mit spinnen zu tun hattest die wollte nur zur göttin ich meine hier wäre kein boss gewesen ich bin aber nicht sicher was war das kann ich gerade voll ins bild gesprungen das ist doch etwas eklig aus oh da ist ein großer oh oh der ist doch groß ich treffe ihn nicht oh ja das ist ein boss das ist ein boss oh geh doch einfach du scheiß kuhmann keine ausdauer warum rennst du weg ja weil das ein boss ist ja kill den komm ja geil ich kann nichts mehr aber der hat nur noch ein viertel scheiße der ist hinter dir her oh fuck wo bist du denn hier hinten hier hinten ich lebe mich gerade mit den spinnen an ach du lässt den boss oder was ja willst du den machen ja hatte ich gedacht weil der hat schon ein viertel verloren jetzt ist er sowieso bei mir wieder oh man ey wenn der mal laufen würde was macht der typ denn da ja boah ist das nur scheiße ey boah hallo gehts noch hast du gesehen wie der mich hier gerade runter katapultiert hat spring da bloß nicht wieder hoch vor allem backt der hier so scheiße mir ist gerade extrem kalt was ist das denn hier ey ich regge auch nicht ich bin vergiftet ja geil ja geil das werden wir sowieso nicht überleben aber der hat nur noch die hälfte komm alles drauf ja aber ich muss mal eben weg ich kann nicht mehr regnen ja ich auch ach ich bin vergiftet deswegen regt die nicht scheiße ok ok ich tu da aloe vera rein anstatt das andere also die sambrose anstatt aloe vera scheiße sonst wird das hier nix komm dies hat nicht mehr viel ich komm hier nicht hoch ey ich komm nicht ich bagge hier in der wand in dem ding komm komm noch einen ja da ist er komm komm du geist sowieso da drauf naja es bringt nichts wundsekret und aber echt jetzt kein Schlüssel? äh ne kein Schlüssel verarsch mich nicht aber abgebrochenes geiststeinfragment geiststeinfragment und ja dieses geiststeinfragment ist das nicht das was du suchst? äh ja das kann sein das ist jetzt natürlich scheiße ich muss auf jeden fall blocken sonst kriege ich die Skorpione da nicht hin beziehungsweise sonst ist es mit den Viechern auch nicht so doll jetzt bist sie wieder weg hm da ist er da ist er da ist er der Tempel da stehen gleich bestimmt zwei von denen noch rum zwei oder drei lang letztes also die lange direkt davor hier ist noch einer aber man kann die man kann die umgehen glaube ich ja aber ich weiß nicht alle wahrscheinlich ne ne die beiden warte mal ich weiß aber nicht ob hier an der Seite irgendwo noch einer steht ne kommst du rein kannst du so umlaufen ja das ist krass bist du letztes mal gestorben ohne Sandmaske? ne auch nicht Leben abgezogen oder so? brauchst du nicht brauchst keine Maske ok also ich weiß nicht ich weiß nicht was passiert wenn du durch diese richtigen Dinger da gehst die hier gleich runter kommen die solltest du vielleicht nicht äh also diese Säulen an der Seite das weiß ich nicht wenn du da durch gehst ne also ich geh da bin ich auf jeden Fall geschützt also bei mir sagt er sogar Zuflucht wär das hier Zuflucht? ok jetzt ist es sogar ne richtige Zuflucht Gute Tag Petroso ich möchte einmal kaufen bitte kauf erfolgreich na aber mich nicht so voll so wir haben jetzt einen zusammengeklebten Herz der Sande also einen zusammengeklebten Herz der Sande genau eine gute deutsche ich hätte auch sagen können einen zusammengeklebten Geißelstein das Herz der Sande das hätte sich jetzt sehr schön angehört aber wir wollen das ja nicht schön anhören lassen ist das ein Erfolg den du da gekriegt hast auch dadurch oder? ne also das war jetzt eigentlich für den Arsch ähm ich glaub den Erfolg kriegst du auch erst wenn du am Ende den Boss erledigt hast also theoretisch müsste das für uns beide gelten so dann so 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 so